Multiplayer wäre cool Das sind wir dabei Tach Leute! Das wird ein ganz besonderes Video für ganz besondere Schätzchen Leute, es ist passiert Ich habe Freunde HA! Und wir konnten nicht anders als natürlich sofort den exquisiten Gamer-Lifestyle an den Tag legen Na ihr Nerd? Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben das Ganze unterhaltsam zu gestalten Ja richtig, wird ne Katastrophe Drei Zwei Eins Joooo Why is somebody breaking? Jooo, ich hab grad ne Pizzerbeut bestellt Und hab extra online reingeschrieben, dass der scheiß Stinkelkäse da raus war aus dem Käserand Und der ist ja jetzt wieder drin Was ist das überhaupt für ein Käse? Joooo Ja, ich hab zwischendurch Kaffee getrunken Sollte vielleicht nicht tun Ja, herzlich willkommen zurück zu Dinos Frisch vom Metzger Folge 2 Die erste Gast beim lieben Sterzek Könnt ihr auf jeden Fall mal auf den Channel gucken Ist unten verlinkt Und äh, ja Das ist so ein... Weißt du wie? Ich feier das immer, wenn die Leute hier einfach sich auch was bei denken Weißt du? Die haben sicherlich einfach auch im Bett gelegen und sich gedacht Weißt du was der Welt noch fehlt? In fucking Zombie-Shooter In Zombie-Shooter? Ne Dinos Ja, du hast Zombie gesagt Hab ich Zombies gesagt? Das ist aber auch... Shooter und Zombie wird in einem Atemzug gesagt Ja, ich bin bereit Ja, ich auch Ne, ich noch nicht Nicht offiziell Also, jetzt bin ich offiziell bereit Okay Betritt eine Abwurfkapsel, um zur Oberfläche zu gelangen Oh weia Wo ist denn hier eine Abwurf? Dir? Du musst hier glaub ich rein We will meet on the surface Oh nice Ciao, ciao Jürgen Kann ich jetzt? Ne, du musst auch rein Dann weiß ich nicht Jetzt gehts nicht los Oh schade, aber ich dachte ich betrachte dich mal hier in deiner Kapsel Es sieht wunderschön aus Der kann nicht, wenn jemand guckt Jo Ich guck weg Jürgen, alles gut So, und Abfahrt Let's go Huch Oh, hau rein Kontrolliertes Atmen in Klammern, Jürgen Leute Eine Ewigkeit später Boah Das war sehr geil, Alter Ich hätte mir keine schöneren Landung vorstellen können Da brennt's auch schön unten, weißt du Wenn du so aussteigst, bist du einfach crispy clean Einfach knusprig Okay, führ mich Äh, achso, ich führ dich Oh, wir müssen jetzt die drei Punkte abklappern hier, glaub ich Ja, dann gehen wir doch zu B erstmal, wa? Kann ich jetzt hier runter, oder brauche ich dafür noch so eine geile, entflammbare Kapsel? Wie du einfach runterläufst, Alter Du kannst runter Die fucking Tank Ich hab das mal für dich getestet Alles klar, sehr gut Meine Sprunggelenke sagen nein Okay, Scanner X und dann linke Maustaste What? Oh, oh, ich hab hier was bestellt Oh, ja Okay, du hast es gemacht Das ist jetzt so ein Scanner, oder wat? Jaja, das ist Scanner Okay, er scannt irgendwas Natürlich sind die am nächsten Geht der jetzt wieder ab? Ja Oder bleibt der einfach hier What the fuck, ey? Äh, zu Adam, würde ich sagen Einfach rum Oh shit Äh, wie, du bist gestorgen? Nein, nein, ich bin Benjamin Ich ruhe mich hier nur aus Ich, ähm Jürgen, alles gut? Ich bin ein alter Herr, es tut mir leid Jürgen, alles okay? Oh, wir haben hier ein Problem Hier sind ein paar süße Dinos vor uns Grüß euch Warte, warte, wollen wir die vielleicht umgehen? Warte Das war eine perfekte Granate Die war super effizient Ich habe noch nie in meinem Leben eine effizientere Granate geschnitten So viel zum Thema Oh shit, das Dingwanzt Ja Ja Ja, ja, auf mich drauf, Alter Er hat mir kurz mal seinen Hintern ins Gesicht gedrückt Oh mein Gott Ich habe übel den Panzer abgeschossen Okay, wieder unten am Bauch treffen Der ist leicht dead, der Typ Ha 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 Boah, Alter Uh Ja, alles gut Wie die auch da stehen und chillen und sich abschießen Ja, gar kein Ding, gar kein Ding Okay, ich glaube, ist weg Ja, aber noch easy Ich geh mal hier durch Oh, ich geh nicht hier durch Schlechte Idee Ich glaube Ja, ja, halt die ab, Jürgen Halt die ab Oh no, oh no, da kommt was Oh shit Ah Scheiße Ja, Jürgen Ja, Jürgen Das ist gleich da und der brennt wie meine Kapsel einst Okay, er blutet, er blutet, er schein vor Schmerzen Jürgen, dann nimm deine Drextabletten Ah Oh shit Ich bin hier oben Der hat mich hier hochkatapultiert Der hat mich hier hin katapultiert What the fuck Bitte schieß sie mit mir ab, Jürgen Ich geh da oben nicht Warum sterbe ich hier? Jürgen, bitte schieß Ich schieße doch So, jetzt gehen wir hier durch das Ich muss mich mal kurz heilen Ich meine, ich musste da unbedingt eine Granate hinschmeißen und mich nicht heilen Genau das wollte ich tun Da kommt noch einer von denen Hab ihn Von und Frank Kommt gar keiner von hinten Jürgen, du bist so gut Du bist so geil Wenn ich kein Holzbein hätte, würdest du mich heiraten Wurden ist das denn passiert? Ah, ich weiß nicht Also ich kann auf jeden Fall nicht daran liegen, dass ich hier permanent gegen gefräßige Dinosaurier kämpfe Wih, was hab ich hier? Guck mal, ich hab was aufgeschossen Was ist das? Schubdüse platzieren Von X und L, T, M What? Pass auf, A ist hier direkt schon in die Ecke Warte mal Oh mein Gott Ich mach das mal kurz Ich weiß nicht, warum das Spiel will, dass ich das mache Oh, was ist das hier? Hebe Schubdüsen auf, verziere sie am Versorgungsbehälter, um sie zu bergen Ja Ja, ich hab's gemacht Was passiert hier? Ich weiß nicht, was machst du? Oder was? Wir müssen das irgendwie hin und her schieben What? What? Ich hab's nie, ihr Freunde Nein, doch Hallo Warte mal, jetzt haben wir so einen Container in Himmel geschickt Da war ein Stick aus drin, Alter, die fressen die weg, bevor wir da sind Warum ist hier alles grün? Sorry Ich barbare da rein, nicht duschen Okay, was ist hier los? Oh, hier Nachschub Alter, ein Gaming-Setter ab, lol Ja, kommt bei mir ein Minecraft-Zuber aufmachen, oder? Hier ist noch ein Dixie, falls du mal musst Oh, wir haben sie knapp Oh, haben wir? Wo denn? Ja Aber ich weiß nicht wo Was war los denn? Oh, hier sind sie Hey, hey, hier Oh, hier sind sie Moin Ich bin glücklich, dass du gekommen bist Wir sind alle gut hier, aber das Schiff ist tot in der Wasser Also, wenn du uns helfen kannst, wäre das toll Ja, wir haben alle unsere Waffen zu Hause gelassen Okay, wir brauchen ein Sicherungsset Ich fordere mal an, ja? Okay, ich hab's Was kommt? Ja Oh mein Gott, das hat mich fast erschlagen Da ist irgendwas drinnen Okay, ich hab was Du hast es aufgehoben Und das mach ich hier rein, oder was? Ah Dinos nähern sich Okay, wir müssen das jetzt verteidigen Okay, ah, es wird gekämpft Ja, ja Was ist da oben? Da oben ist ein Hubschrauber, was ist das? Ja, das ist einfach eine fette Drohne Musst du das abschießen? Ne, ich glaube, das hilft uns Ach ja? Es sieht sehr hilfsbereit aus, aber Motivation ist halt nicht alles, ne? Er ist dead, er ist dead Ich bin geblendet Dankeschön für die Granate Hey, ich war das nicht Was? Warst du das nicht? Nein, ich hab nichts geworfen Vielleicht vor irgendwie 30 Sekunden hab ich was geworfen Oh, okay, jetzt seh ich auch nichts mehr Was passiert denn aber? Das ist ein so'n Dino wahrscheinlich hier Die hier? Alter, die komischen Oh ja, ich glaub die sind's 22% haben die das erst repariert, was machen die den ganzen Tag? Sich an den Füßen rumspielen, oder was? Ich würd gern an deinen Füßen rumspielen Also an meinem Fuß, weil der eine ist nicht mehr vorhanden Ich bin flexibel Was muss ich denn hier machen? Schubdüse platzieren, was? Platzier die scheiß Schubdüse Nee, dann krieg ich hier da oben wieder Snickers Oh shit Scheiße, ich muss niesen Okay, doch nicht, scheiße Oh, ist das unbelohnt Oh mein Gott, du musstest doch vorfahren Ich bin grad zum Schiff gegangen Du musstest auch vorfahren Die haben das beschädigt Ach soo Einmal mit Profis Ich dachte, du bist erfahren, Jürgen Ich bin aus der alten Schule, aber nicht aus dieser Okay, ein Typ ist down Einer von den großen Wir haben's geschafft, wir haben's geschafft Lass uns bitte abhauen Wollen wir zum Forscherlager? Opa Jürgen, können wir nicht einfach einen normalen Familienausflug machen? Ich halte das im Angesicht der Apokalypse hier für äußerst normal Jürgen, ich will zurück zu Mami Oh shit Sag mal, kämpfst du? Ja, hier sind doch alles viele Wieso, bist du schon in Urlaub gefahren, oder was? Ja, ich bin schon weiter, Opa Jürgen Und die anderen kommen jetzt auf einmal klar da In einem komischen, abgestürzten Schiff, oder? Ja, weil wir da irgendwas repariert haben, natürlich Ja, ich weiß, ich weiß nicht was genau Ich hab grad aus Versehen eh gedrückt Okay, das Lager ist online Die Munition, ausrüsten Let's go Ja, ganz ehrlich, geht's hier oben rein Oh, ist ne fette Höhle Was ist das für ne fancy Höhle? Oh, jetzt weiß ich was E macht Da können die uns dann nicht mehr aufspüren, weil ich den Geruch irgendwie überdecke Dinos, supi Wo denn? Ich seh gar keine Äh Mann, aktivierst du noch C? Ich bin bei C Scannen Haben wir jetzt alle? Scannen angehalten Muss ich da da bleiben, oder was? Weiß ich nicht, ich glaub du musst die immer mal wieder neu aktivieren Man muss da bleiben, man muss in der Nähe bleiben Alter, oh, guck mal Direkt aus der Hölle, ey Oh mein Gott, ich seh halt nichts Okay, eine nach dem anderen Ey, wir müssen bloß übrigens bloß noch C Warte mal, ich bleib da mal in der Nähe, ich aktivier das mal Zerstöre den Höhleneingang Zerstöre Komm, komm zurück Naja, komm mal hin Ich hab keinen Sprengstoff, wo denn? Okay, ich hab zwei, zweimal Sprengstoff Okay Äh, noch mehr, wir brauchen noch mehr Ja, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Ich halt uns hier vorne den Rücken frei Äh, zack, schnell gegen die Säule gehen Oh, raus, raus Hast du das jetzt platziert da? Bleib auf Distanz Ja, 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 wir müssen, wir müssen weg hier Okay, lass mal gehen Also, wir müssen weg vom Eingang Nice So, zack Schön, ne So, jetzt lad ich das hier hoch Und jetzt müssen wir gleich nochmal verteidigen, oder was? Die Dinos haben andere Ausgegen gefunden Nein Wir sind schon bei über 20 Prozent Easy Oh, ne Die kotzen mich an, ich seh's auch nicht Ich seh's nicht Ja, cool Als ob die da für ihren Bildschirm sitzt und jubelt Wir sterben hier und sie Oh, it's up, uuuuuh Ja, können wir bitte abhauen Guck, ich finde auch geil, wie die Mission gerade ist Erreiche den Exfiltrationspunkt und verschwinde Gibt's Fahrzeuge? Ne, ne? Schade Ne, aber dafür rennen wir mit 3000 kmh Ja, true Alter, really Junge, wie du sprintest Ja, ja, trotz Holzbein Das nenne ich Speed Was wir hier alles finden Hier gehen übelst ständig Leute und Shuttle und alles abhanden Wir müssen alles wieder einsammeln Vor allem, wir sind einfach zu zweit mit zwei Waffen in der Hand Und die kriegen's nicht gebacken Aber, sie können einfach irgendwie so random Supply Drops innerhalb von Sekunden losschicken Wir sind doch hier auch eigentlich noch auf der Erde Das dürfte doch eigentlich alles auch nicht unbekannt sein, wo wir hier sind Ja, dann drück mal F Warte mal, warte mal Shuttle Ankunft Ein bisschen übernommen Achso, jetzt kommen auch noch mal Dinos Ja klar Aber, ganz was Neues haben sie sich ja einfallen lassen, Alter Ach du Scheiße Ich will doch einfach nur entkommen Geh mal weg Ja, kommen sie weg Oh, das hat die weggemacht, glaub ich Ja, aber er ist noch nicht tot, ne? Jetzt ist er dead Junge, hier ist einfach grad die ganze Population von kleinen Dinos auf euer scheiß Bildschirm Warum triggert die das denn jetzt so, dass wir abbauen wollen? Ich weiß auch nicht Die, die haben da einfach keinen Bock drauf Die wollen, dass wir in ihre WhatsApp-Gruppe kommen Ich hab noch einen gebadert Ja, da ist der Shuttle Ja, da ist der Shuttle Nehmen wir nochmal nie mit Let's go Oh shit Wenn dich aufpasst, landet's dir auf der Ömne Ja, ist völlig in Ordnung Gefühl, dass mir heute alle zwei Sekunden fast was aufm Kopf gelandet Oh Scheiße, guck mal was da kommt Oh, okay, okay Ich geh jetzt hier rein, schau Alter, oh mein Gott Du bist halt auch voller Blut, ey Oh mein Gott Ist vorbei Präftig Was für ein Ritt, alter Meine Fresse Ist halt wirklich stressig Erstmal strecken, du auch? Ey, ist halt mir nicht so stressig vorgestellt, aber war geil Es war vor allem lang, ey Voll die Survival-Maße, ey 38 Minuten Da siehst du Jürgens Holzbeiner Was? 127 Materialien hast du gesammelt? Ja, hab dich voll zerstört Ich hab doppelt so viel Schaden auch erlitten wie du Ja, ich bin einfach auch ein, ich bin ja Soldat, ne Du bist ja Jürgen, du bist ja alle geprüft Ich bin einfach nur ein Müller Es ist das erste Mal, dass ich das Spiel heute gespielt habe Ja Und ich muss sagen, ey Für 25 Euro viel es das kostet, ey Heftig Jo Leute, dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen Schaut euch die erste Folge, falls ihr es noch nicht gesehen habt Bei Sterzig an Das ist immer ein anderer Modus Schaut da generell mal vorbei Und schaut am besten einfach nur alle Videos Schaut alle Videos und macht überall Daumen hoch Ja, genau Genau, und jetzt sofort Und jetzt, äh Tschüss Das war's, weitermachen Los Ja, das war's jetzt wirklich, tschüss